hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play auf meinem kanal ich bin der broken sane und wie ihr sehen könnt es gibt einen neuen spielmodus auf war of tanks zwar nur für kurze zeit aber ich würde euch ihm sehr empfehlen es ist der mark 1 die oder convoy genannt mission oder aktion man muss man hat solche kleinen panzer hier wie man hier sieht und muss versuchen wie ich jetzt den mark das ist das große ding hier zu verteidigen die gegner wiederum müssen versuchen den mark zu zerstören ja der mark ist einer der ersten panzer gewesen der mark 1 der da hat zwei kanonen an der seite und hat eine gute ponzerung und die kleinteile die wir hier fahren das sind das sind radpanzer also wie man hier sieht hier unten das haben echte räder also die fahren sich auch ein bisschen anders als die panzer die man so kennt und ja das zieht des spiels ist ist es den mark zum zum gegner schon stützpunkt zu fahren oder haben wir schon ganz gleich gut weg gerammt oder eine sekunde oder den mark zu zerstören für das gegner-team es gibt auch noch so kleine pop-ups oder solche kleinen ich weiß nicht helferlein sozusagen das sind diese fragezeichen wenn man da hin fährt kriegt man entweder maschinengewehr oben drauf mit 20 schuss oder man kriegt ach verdammt hat er mich oder man kriegt was gibt es noch so ein one-shot gun also ein schuss braucht für einen panzer und ja diese panzer sind relativ schnell und er ist gerade erst rausgekommen vor ich glaube zwei stunden und knapp zwei stunden und das sind diese das ist eine bombe zusammen zusammen du kommst hier nicht lang als ob bin ich schon wieder tot ja man kann man wird unendlich wiederbelebt also man hat unendlich leben das ist das coole an dem spinnen los das ist auch sehr witzig ich hatte vorne eine runde mit zwölf bils vielleicht bringe ich sie sogar als let's play noch da haben wir noch ein bisschen schaden gemacht also diese teile muss man echt ein bisschen mit rammen und allem benutzen man kann nicht nur dann schießen das macht einfach viel zu wenig damage man könnte ja jetzt hat er das pop-up bekommen jetzt hat er die dicke gun das ist nicht ganz so praktisch ich sammle mal schnell so ein pop-up auf könnt ihr sehen was ich meine ist da hinten ein fragezeichen wenn das den knall geschnappt das sieht das ist das ist nein haben wir oh schaden erhöht jetzt habe ich drei hegan sozusagen ich mache die alle platt einem schuss wieder zack zeit okay so einfach geht das also dieses ist ein pop-up halt ist das wieder warm sorry dass gestern kein video kam es war einfach wieder schulisch technisch sehr sehr stressig gestern zack und dann haben wir es nichts okay also dieses dieses ding ist eigentlich ganz geil er versteht nicht was was passiert ist ja beziehungsweise ich verstehe und ja wir müssen den mark 1 schützen und gucken dass sie ihre bomben nicht daran setzen das gegner team muss versuchen mit bomben den mark zu zerstören dann bin ich wahrscheinlich tot hab ich jetzt noch 57 schaden gemacht kriege ich mehr tot hab grad drei kills man kriegt ja eigentlich relativ schnell kills das ist ja auch nicht das was zählt man soll den mark verteidigen der sieht aber gerade ziemlich schlecht aus weil die feinde immer wieder das das reparatur kit kriegen nicht ganz gut wie ihr seht es ist ein bisschen schwer mit denen gegangen zu fahren ich glaube ich zum nächsten reparatur kit ich habe das jetzt habe ich das jetzt habe ich das ja jetzt werde ich hier gesandwiched jetzt ja was soll man dann machen mein team fährt irgendwo da oben rum dann schützen wir das reparatur ach das ist ja naja der spielmodus ist seit zwei stunden ungefähr online er macht ultramäßig spaß aber der panzer fällt sich ein bisschen schwer der gibt es jetzt auch bald auf world of tanks blitz dazu werde ich dann auch nochmal ein let's play machen auf dem handy und auf und auf und auf PS4 gibt es auch noch einen neuen spielmodus aber ich kenne mich mit denen ich ausspiele die nicht machen die jetzt noch ein bisschen flättig das ich kenne mich mal auf jeden Fall als ihr seht es ist nichts besonderes wenn man viele kills sie hat das ist einfach nichts mehr besonderes hier wirklich 6 dackel der mark 1 da hinten steht da immer noch wo ist eigentlich unser reparatur kit wir müssen gucken dass die möglichst nicht hierher kommen ok der war wieder ah jetzt läuft er wieder jetzt läuft er wieder schön 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 hat er gemacht das war schön wir sind gerade am gewinn wirklich sehr schön die ganze Zeit hat er sich im Kopf da haben wir nicht ein ledner zu tun nein wir müssen den jetzt töten bevor die nein er hat den mark erdicht fahr weiter fahr weiter fahr weiter fahr weiter fahr weiter fahr manöver schützt den mark zack 1 ja der siebte kill der siebte kill Leute 73 Schaden gemacht die machen eigentlich nur so um die 50 ah das verlieren wir definitiv naja das sieht schon sehr witzig aus oh da kommen da 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 halt pop up ja wir sind leider gerade mal etwas am verlieren aber wir spielen gleich noch eine zweite Runde wenn nicht die 1 Larry sei weiß ob ich mir das jetzt nicht verpflichtet habe oder nein er hat den er hat die Bombe macht ihn platt Platt! Hütet es, hütet es! Auf 2 Mark 1. Sie ihn schützen. Nein. Nein. Oh, schade. Ist ein zu schöner Schuss gewesen. Haben wir das gewonnen? Wir haben das gewonnen! Leute, wir haben das gewonnen. Machen wir gleich noch ein zweites Gefecht. Ich hoffe diesmal, äh, müssen wir angreifen. Ne, wir müssen uns schon wieder verteidigen. Dann kommt leider sehr, sehr, sehr oft in die Verteidigungs-Matches. Also ich und... Ich hab das schon sehr oft erlebt. Und die Musik... Die Musik ist auch schon sehr witzig. Der Panzer sieht ja auch schon sehr schön aus. Insgesamt. Das ist ja. Das ist der Mark 1. mit den Rädern hinten, dass er nicht rüberkippt. Jetzt müssen wir wieder angreifen. Äh, verteidigen. Also wir müssen gucken, dass wir den Mark immer am Laufen halten, das bedeutet, über Tourkitz kriegen. Und sonst fährt er komplett alleine und macht alles hin. Deswegen muss man dann nicht in der Laufen stehen und weiß, ob er sich das jetzt geholt hat. So, jetzt hab ich das, was wir nämlich noch nicht hatten. Nämlich dieses... Maschinengang. Erster Kill. Zweiter Kill. Dritter Kill. Das ist schon echt hart, dieser... Oh, jetzt geht doch tot. Ja gut. Ram bringt halt auch immer noch ein bisschen Schaden. Die geht schon viel gut. Die ist definitiv die bessere Runde. Der Mark 1 läuft auch ganz chillig vor sich hin. Jawohl, du bist jetzt auch nicht einmal ein einziges Mal getroffen. Man kommt übrigens nicht deutlich nach Mark 1 noch in diesem Panzer. Man muss da definitiv diese Bomben nehmen. Oh ja. Oh ja. Das ist ja super. Das ist... Ich meine, 6. So schnell geht das, wenn man halt nur Pop-Ups findet. Zumindest die nächsten 200er. Wir versuchen das. Und nehmen auch somit gleich die... Also man kann hier echt mit, wenn man von einem... Wie nennt man das nicht Pop-Up, aber... Ich nenne das die ganze Zeit Pop-Up. Ich könnte sagen, jetzt in einem... Special Attacke... Special Attack zunächst. Unser Mark hat nicht... Ich seh das gar nicht. Oh, dass er hier rumstehen muss. Ja, gut. Bringt er sich selbst um. Ich hab da sowieso so gut wie tun. Bei 8 Kills. Wir sehen, das sieht vollständig von uns aus. Dieser Mark hat noch 1,6 Leben. Das Problem ist... Oh, das könnte jetzt aber welches Rettetwerfer werden. Müssen wir da schnell wieder hin. Wir müssen versuchen, die Leute, die die Bombe tragen, zu holen. Wir müssen versuchen, die Bombe tragen, zu holen. Wir müssen versuchen, die Bombe tragen, zu holen. So, dann spawnt er gleich wieder. Aber es ist echt ein witziger Spielmaus. Kann man sich ab und zu mal gönnen. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob der für immer ist. Aber ich hab jetzt schon fast alle Marken. So, du willst... Du willst... Der wollte mich hier nerven. Ich weiß nicht, ob ich hier stehe. Oh. Wenn wir nur noch was ziehen können. Achso, ja. Man fährt übrigens nicht, wenn man lenkt. Sondern man muss wirklich Gas geben. Ich kann es nicht. Check es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht an der Dank fürs Töten. Erstens hinterkellen. Der Marken gewinnen. Wir sind am Gewinnen. Wir müssen wieder zum Marken und dem Marken. Das ist gut da hin. Ah, das sieht jetzt schon ganz ordentlich aus. Na. Angriff, Jungs. Oh. Ich muss jetzt vergessen. Ja gut. Nicht gesagt. Alter, dieser... Oh, der hat sogar einen Mindestbilder, eine. Das war sogar schon gewonnen. Da hing mal noch ne dritte Runde dran. Feldreparatur. 1.700 Damage gemacht. Das ist ein sehr, sehr schöner Panzer. Fahren wir gleich noch mal ne Runde. Haben wir drei Runden. Und schon wieder verteidigen. Seht ihr? Das ist alles ein bisschen blöd. Naja, kann man nicht ändern. Sorry, sorry. Musik ist klein. Ja. 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 So. Wir sind aber schon wieder relativ warm heute. Im Gegensatz wir... Na gut. Gestern war es am wärmsten. Da waren es ja 34 Grad. Vorgestern waren es... Und morgen wird eventuell, wenn ich es schaffe, morgen Abend eventuell. Ich verspreche nix. Oder ich sag's lieber nicht an, sonst beschwert ihr euch dann am Ende, dass es nicht gekommen ist. Äh, ich sag's dann jetzt. Oh, er hat verschossen. Ja. Er hat grad nicht diese Superattacke mit einem One-Shot. Oh, da hab ich mal ausgeteilt. Oh, da hab ich mal ausgeteilt. Nein, 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 nein. Ah, verdammt. Er hat doch wirklich mit seiner HE gar nicht getroffen, ey. Das gibt's doch nicht. Ne, gut. Der Turm dreht sich halt auch extrem schnell. So, wir sind jetzt hier... Ah, nee, jetzt ist das... Jetzt klingelt wie er mein Hinterkopf. Das ist ja wieder... Wir müssen den irgendwie ran. Wir haben noch mehr Leben. Das ist ja... Wir haben seinen Arsch geklafen. Das ist ja... Du bleibst jetzt hier. Schon wieder? Ey, was macht ihr denn da? Oh, jetzt ist es zu spät. Wollen wir uns... Wow! Ja, man kann auch geile Stunts nehmen. Ich bin ja eher grad einer, der so ein bisschen geklischt hat, aber... Ey, das ist doch nicht der in Ernst. Da fährt dieser Horst gegen mich. Naja. Oh ja, jetzt holen wir uns drei Kills und dann haben wir das wieder weg. Ich fliege halt noch weiter. Erster Kill. Okay. Hier sieht jetzt keiner mehr. Das geht jetzt. Entschuldigung. Wenn du auch nicht reiten und irgendwie schreit fährst, dann könnte ich ja nichts tun. Nein. Das kann auch ab und zu mal kostet. Nein. Okay. Entschuldige Kill. Die. Der dritte Kill. Der ramm noch mal kurz. Der fünfte Kill. Ups. Ich spiel grad jetzt mal mit. Oh, der ist schon dieses Tom schneller. Da ist schon wieder pop-up. Auf geht's. Ich nenne diese Dinger jetzt einfach pop-up. Egal wie die heißen. Nein, 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 nein. Ich hab's. Sehr schön. Jetzt sind auch 70 Leben, aber boom, schuhe. Ich kann wieder drei Kills machen. Das ist schon wieder da. Lass mich, lass mich. Schade. Ah, der hat mich. Schade. Der Mark 1 ist schon fast da. Ich hab mir das Gefühl, dass unser Team grad nicht so effektiv ist. Dann haben wir das dritte Mal gewonnen. Ich weiß nicht, was der da ist. Oh, ja, was haben wir denn hier auch? Der Radpanzer ist aber irgendwie ein bisschen witzig. Ich schwenden wir unsere Monizu nicht für den. Mark 1 ist am Gewinn. So muss das sein. Oh, wir kriegen die Flugzeuge. Das ist aber auch so eine sehr, sehr schöne Kulisse, muss ich sagen. Das ist alles so ein bisschen, ja, wie im Krieg eigentlich so ein bisschen aufgebaut. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen. Oh, wir kriegen doch viel mehr. Also wir gehen da. Er hat noch genug Leben, mein Freund. Wollen wir das hier gewinnen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben's gewonnen! Doch, wir haben gewonnen. Ja, ihr könnt ja auch selber mal einfach den Spielmodus spielen auf World of Things, ganz einfach. Schmier 1.000 Jahre lang. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Ich werde in den nächsten paar Tagen noch mit ein paar Leuten eventuell diesen Spielmodus spielen, wenn die vielleicht etwas öfters sehen sind in den nächsten Tagen. Habt noch einen schönen Tag und guckt in die Videobeschreibung, da hab ich noch ein paar Sachen verlinkt. Tschüssi!